Hi guys! Seid ihr ready? Was? Was denn? Was? Was? Für das hier. Nee! Ah! 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 Warum bin ich hier? Funnel! Funnel! Sie ist auch da! Wir stehen da alle draußen. Ja? Und wie sind sie dann? Hallo, nimmst du auf oder was? Hallo! Der nächste Teil ist Hannover Umbau. Wenn wir dann vorsichtig, 9.23 Uhr reisen. Ja, stimmt. Du bist zu laut, pscht. Hi! Hi! Wir sind auf Klassenfahrt. Das ist jetzt mein Teil des Vlogs. Ich will... achso, ja, safe. Hi! Oh, oh, hi! Hi! I can see myself! Wow! So, we're going on a class trip to Berlin. We're going on a trip in our favorite road to the city. Ja, unser Zug auch, Bruder. We're having much fun because we have to catch our train. Yeah! I just want to tell you, as an ordinary person, just have fun, smoke some pot. Yeah, bye! Hallo! Wollen Sie Interview machen? Ja, bitte. Entschuldigung, was halten Sie von der aktuellen politischen Lage? Ähm, es sind sehr viele Leute. Sehr viel. Wollt ihr gerade die Immigranten? Ja, das ist so cool. Hi! There I am again! Oh, oh mein Gott, das ist so cool! Ich bin bereit, euch zu planieren, sitzen, rauszuscheuchen. Ich schon! Ja! Was? 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 Wunder, 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 wunder. Ganz, wunder, gazaaas wunder. Hast du das jetzt in uns noch gemacht? Das? Aaaah! Das ist im Bono! Ich hatte die erste Erste Erlebnis in der ICE und was machst du, hä? Was machst du? Fuck you! Fuck you! The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day... Hi guys! Oh my god, we just arrived in Berlin and it's so cool, I'm so fucking excited and yeah, let's go! Where the fuck are we going? I don't know! In the corner, you're so proud and no defenders Woah! Where are you from? Hotel! Hotel! Is that hotel in English? Hotel! Hotel! Welcome to the amazing hotel named... My name! Hotel! Hi! Hi! Move your ass! Oh look, it's IKEA! Okay! How do you feel me here? No! First of all, good! Have you been so upset? Yeah! What did you say here? Do you know what's funny here? I don't have to leave here, I don't have to leave here! I'm gonna laugh! This trip is also a really really convenient way for me to, you know, to learn how to film myself in public, because that's scary! What are you doing now? Will you do my vlog? Yeah! You're on YouTube, say hello! Hello! Of course! Hello! Hello! Say it again! Challenge! We drink so much water, so we'll be back at this soon! Every time we'll come back from the hotel, no, into the hotel and drink more water! I can't really talk about the camera! Ollie, do you want to drink 3 liters of water every day? Do you know that we won't get it? Oops! Yo! Oh! My Hollywood style! They're just like me for real! Look! Look, they're filming! Look, 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 look! Oh! Oli, where are we going? No, stop! 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 That's right! I want to include the entire class here, right? Not just you! No! Hey! What's up, everybody? Welcome back to Berlin Vlog! Johanna, where are we going now? The new National Gallery! What are we going now? Are you looking at it? Are you looking at it? Look at it! What's up? Look at it! Wow! Peace! Vlog has been delayed again because someone just stole my camera. I don't know, he seems like a little bit, you know, mentally insane. He just took it and went off. So, I think... Yeah, I think I'm going to call the cops. Hi! Excuse me, is the filming here okay? No, with the approval. Okay. All's good? Yeah. How? Was hast du getan? Julia. Julia, was hast du gemacht? Julia? 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 Julia! Nur zur Info, ich wurde gezwungen das aufzunehmen Gezwungen. Gezwungen. Du musst einen auf mich rein und drehen! Rein geschissen. Wir sollen grenzen! Was ist das? Schade. Aber ich... Das war ja übel scheiße. Ein paar Worte für die Klasse. Ja, ich liebe euch alle. Also, ihr seid mehr wichtiger als mein Leben. Ich kann nicht ohne euch. Emma, jetzt du. Nette Worte an die Klasse. Hallo. Lilly, Lilly! Ein paar nette Worte für die Klasse. Ich hasse euch alle. Hi. Ich habe gesagt, nette, nicht ehrliche. Ja. Sie ist ein Berlin City Girl. Sie ist ein Jim Beam und Boddy. Richtig mieser Boddy. Sie springt in den Swimpy Pool. Ich... Sie ist mies gemütig. Extra wagern. Bauchnarbe. Schatten für sich. Gesprinzt. Naja, egal. Dramatischer Übergang. Dramatischer Übergang. Dramatischer Übergang. Dramatischer Übergang. Dramatischer Übergang. Naja, das war normal. Bleu. 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 Guck da hinten. Bleu. Bleu. America, fuck you. Hallo. Das ist cool. Hey. Moin. Wir sind hier heute beim Holocaust Denkmal. Wir freuen uns, uns informieren zu lassen. Nein, nein. Halt ruhig. Ja, man sollte sehen, dass wir leiden. Warum leidest du denn? Weil ich muss die ganze Zeit stehen und laufen. Oh. Und ich kann nicht mehr. Ich habe Hunger. Oh. Tschüss. Okay, das muss ausmachen. Hey, Atze. So ein bisschen mit Steadicam. Yes. Also, wir sind jetzt gerade hier in Berlin. Und jetzt fahren wir zurück zum Hotel. Ich fühle mich wirklich so dämlich mit so einer Kamera. Das ist ja krass. Es macht so stark. Ja, sag ich doch. Hallo. Hallo. Ich bin Mirac. Ja, sag ich doch. Hallo. Hallo. Ich bin Mirac. Hallo. Jetzt sag was. Einen Satz für die ganze Welt. Essiggurken sind verdammt geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Das Video. Hallo. Ich bin Mirac. Wie oft? Noch. Hallo. Ich bin Ebora. Hast du ein Problem damit? 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 Bärenmarke. Daniel. Update. Was machen wir gerade? Wir sterben. Wir fahren jetzt nach Hause ins Hotel. Und dann können wir machen, was wir wollen. Wir können nicht mehr. Wir sterben hier. Hilfe! SOS! SOS! Jetzt kommt sie durch! Power! Wir müssen rein. Wir müssen fotografieren. Rein. Komm! Ohhhh! Ohhhh! Warum bin ich hier? Kannst du erstmal einen Gepäck holen? Na. Nein, ich... Oha. Uh. Kalt. Wo ist weg? Hier. Ein Gepäck füllen. Okay. Der fährt gerade hoch um sein Gepäck zu holen. Hahaha. Das ist schön. Sehr ruhig. Willkommen. Ey. Ohhhh. Check. Willkommen im Club. Yo. Guck dir uns an, Alter. Was für Lappen. Mal zu schauen. Oha. Wie funktioniert das jetzt? So? Was ist das? Halt? Cut? Wow. Wir müssen jetzt shoppen. Sag mal, warum müssen wir shoppen, Olivia? Shoppen? Weil ich ein behindertes Kind bin. Und weil sie die Klassenfahrt vergessen hat. Ach, was ist das? Warte mal. This mall is directly next to our hotel. Ja. Yes. Ja. Und du schon wieder? Oh ja. Hi. Und was haben Sie heute ausgesucht? Also, ich bin eine Begleitung, aber das Motto ist Partywoche. Wir haben jetzt eine schwarze Hose, hohe Schuhe, ne? Ja. So mit Absatz. Und eine schwarze Hose. Schwarz enge? Okay. Ja. Und ein graues Shirt mit... Mit Holo. Ja. Ding, ding. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so zu ihr passt, ne? Aber naja, wir versuchen es mal, ne? Mal schauen, was passiert, ne? Ich finde Schwarz passt echt nicht zu ihrem Arsch, so weißt du, weil sie muss halt gucken, weil es ist halt so... Ich finde das ist ein bisschen kritisch, wenn mein Arsch schwarz ist, ne? Aber naja, hier haben wir seine... Guck mal, hier gibt's Hose. Au. Ich hab keine Ahnung, was die anderen gerade machen. Aber unsere Truppe ist mega gesourstet. Also so komplett fertig. Ich meine, wir machen das schon seit... Sagen wir mal 10 Stunden? Wir sind fertig. Oli holt sich gerade noch Sachen, die anderen sind unten. Ich weiß nicht, was die anderen Truppen alle machen. Aber ich glaube, denen geht's genauso wie wir. Aber nachher ist auch Karaoke. Das sind ein paar... Eh. Eh. Einfach eh. Oh mein Gott, ich kann's gar nicht glauben. Ich bin gerade erst frei von einem Konzert von Everton. Und ich bin bei uns Charlie. Oh ja. Das guck ich schon mal noch. Ah, hallo! Ah, hallo! Ja, ich bin... Ich komme eigentlich aus Österreich. Ich wohne in Frankreich schon seit 5 Jahren. Das war voll fake. Wer bist du jetzt eigentlich? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ah ja. Das ist das denn? Na vielleicht wirst du jetzt essen? Wie ist das denn? Warte mal. Guten Morgen. Das ist gut. Breakfast room. Ah, breakfast room. The employee just literally made me go upstairs again to put on shoes. Why? Am I hurting someone if I don't wear shoes? Is it unsanitary? I don't get it, but I'm just going to do it because I want to eat breakfast. Trip Ground via east. Moving on. Hallo! Hallo! Reason number 35, why you don't befriend Olivia. Perfekt. Also jetzt das nächste. Let's go. Why? It's my job, not yours. Wo ist das? Allerdings, nimm dir das hier. Ich heiße Polizei! Ah ja. Typisch Deutschland. Baustellen. Ave Maria. Warst du da grad drin? Ja. Und wie war's da so? Gut. Echt? Was hast du gemacht? Haben mir das angeschaut. Ja, das ist der Internet. Was halten Sie davon, von der heutigen Tagung? Ich weiß nicht so ganz. Ja ne, ich bin auch nicht so zufrieden übrigens. Ich soll ja wiederholen, weil irgendwie... Entschuldigung, an welcher Presse sind Sie? Gleicher Presse sind Sie? Ähm, YouTube. YouTube? YouTube? Mit denen spreche ich nicht. Ich meinte NDR. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus. Und du hast Politik gemacht? Politik. Fandest du gut politisch? Nein. Nicht? Ich meine... Gut, aber schmutzig. Schmutzig? Ja. Richtig eklig, nachdem du Politiker hast. Go! Politik ist immer noch scheiße. Jim Beam und Boddi. Richtig mieser Boddi. Sie spenkt in den Swimmingpool. Ich fick sie in der Lobby. Ich gib sie ihr. 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 Ich gib sie ihr. Richtig dolle. Ich gib sie ihr. Bis ich komme. Jim Beam und Boddi. Richtig mieser Boddi. Warte, warte. Sie sieht aus wie ne Türkin. Hallo. Da kommt jetzt noch ein. Wir fahren in den Bundesrad? Tag. Tag. In den Bundestag. Egal. Und? Super. Lilian. 16. Freut sich, dass sie nicht umsteigen muss. Du alte Frau. Ich bin so beeinflusst. Berlin ist so großartig. Und es ist neverrestling. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viele schlechte Sachen. Es gibt auch wirklich gute Sachen. Zum Beispiel. Ich liebe die öffentliche Transitinfrastruktur. Es ist so gut. Wenn du irgendwo gehen willst, dann kannst du auf Google Maps gehen. Es ist einfach. Aber es ist so exhausting. Es ist so großartig. 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 Also, das ist das erste Mal, dass ich ein Dunkin Donuts habe. Ich glaube, wir hatten es in meiner Stadt. Aber es ging weg. Es ging weg. Es ging weg. Es ging weg. Coffee time. Oh, shit. Danke. Es sieht fancy. Was? Erstmal Dunkin Donuts. Was hast du? Oh, oh. Scheiße. Oh, dang. Ich habe Wasser und Eis zu vergehen. Ich habe ein... Iced Caramelpralinen Latte. Einer... Jetzt machst du irgendwas dummes. Das kannst du niemandem zeigen. Okay, das ist jetzt auf YouTube. Für immer. Nein. Wolltest du? Ich überlege. Wie viel? Ich guck mal, ich hab hier ein bisschen. Ich hab den Moment deiner Menschlichkeit aufgenommen. Dankeschön. Schönen Abend noch. Hallo. Wo ist Olivia? In dem Zimmer. Hallo. Oh nein. Du kannst im Schulblock sein. Hallo. Mach nur ein paar coole Worte an die Klasse. Hallo. Das ist der zweite, der sich schon macht. Sei kreativer. Von wegen. Schreckt es. Das ist jetzt peinlich. Okay. Als erstes meine Zahnbürste. Mascara. Augenbrauenstift. Make-up-Puder. Nochmal die selbe Mascara. Lippenpflegeprodukt. Concealer. Puderpinsel. Concealerpinsel. Beautyblender. Primer. Okay. Ich dachte, ihr dreht jetzt einfach die Kamera auf. Leute. Und die nennen mich doof, weil ich eine Kamera dabei hab. Und drei Objektive. Zwei davon sind literally so klein, dass ich sie nicht nur in meine Hosentasche, sondern in meine Arschtasche tun kann. Und dann nennen mich Leute dummer, ich sie die ganze Zeit mit rumtrage. Ich mein dich, Pauline. Du bist dumm. Ich bin nicht dumm. Okay. Food. Food. So good. And tasty. I'm thirsty. So. Mh. Ich möchte nicht ganz viele rauskommen. Die neue Produkte, die Meldung von Mirac Thursum. Hi, morgen. Lorenz, hast du deine Helpi 6 Stunden plus Schlaf? Ich sehe richtig nach Fingern. Ja, ja. Hab ich. Hi. Kaputt? Ja. Digga, ich kann nicht mehr. So, wir können Sophien auch noch fragen. Was denn? Ja. Es war super. Ihr habt das toll gemacht. Ja. 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 Starbucks ist besser. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. So, willst du eigentlich auch zum Fressen oder so? Ja. Oha. Anna, Schutzi. Das ist super. Danke. Das ist super. Ich habe mich nicht auf der Idee. Danke. Danke. Ja, aber Starbucks ist scheiße. Nein. 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 Nein, Starbucks ist Super-Ass. Nein. Du kannst deine Paragraphen wieder nehmen. Danke oder Starbucks. Sag Starbucks. Nein. Boykott. Boykott. Propaganda. Propaganda. Starbucks. Hanna. Danke oder Starbucks. Danke. Yes, Joe. Du bist in unserem Team. Charlie. 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 Wie viel Geld damit du Team Duncan kommst? Ich bin schon Team Duncan. Auch wenn ich jetzt Starbucks trinke. Bist du Spion? Ich bin Spion für beide. Ich trinke alles gefühlt. Egal was. Trinkst du Pippi? Nein. Starbucks ist viel besser. Ich stehe zwischen beiden. Zwischen Danken. Nein. Danke für jeden von uns. Ich bin genau damit. Starbucks. Au. Na. Ich hab kurz vor mir einen Kaffeebecher von Starbucks. Das war die voll schön außerhalb vom Muster her. Ich verdanke mich, oder? Ich danke das auch. Nein, die sind schöner. Ach meine Fresse, Alter. Ja. Aletti. Wer bist du? Ich bin halt einfach Berliner Model, ne? Nein. 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 Du schon wieder. Ich fühle mich crossy. Ich fühle mich dehydriert. Ich fühle mich dehydriert. Das ist gar nicht gut. Herr Reichert, möchten Sie auch etwas der Doku hinzufügen? Ich war sowas von erkältet. Meine Stimme war weg, aber es hätte richtig Spaß gemacht. Bundesrat war das Highlight. Und Herr Dr. Pandazis auch in der neuen Nationalgalerie war ich noch nie. Sie jetzt nach Renovierung besuchen zu dürfen, um die Richterbilder zu sehen. Richtig gut. Gerne wieder. Warte mal, hat sie ihn gerade so nah gefilmt, oder sah das nur so aus? Das sah nur so aus. Guck mal hier, guck dich mal an hier, ihr Monils. Ey, Letti, komm mal her, komm mal nebeneinander hier. Ah! Foto oder so? Foto, ne? Ich darf einen. Oh, welche letzte Worte? Ja. Ja. Pa, Pa, Pa. F***ing Slay. Ja, der... Digga, ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich kann nicht mehr. Ohhhh. Foto, Video. Mach mal Update, was geht hier ab? Digga, wir sterben nicht. Ah, bleee. Warte, warte, das hab ich noch gar nicht gemacht heute. Hallo, ich bin Mirac. Okay. Bleee. Ich will nach Hause. Ja. Warte, die Grüße. Das war hier. Dieser Haare, du mich ge*****t. Padel, wir klingst am. Bordet nicht mit meiner Kamera noch nach. Ich hab hier gesagt. Es gibt keine Zeit mehr. Du bist nicht mehr. Clinkst, aber angstlich. Siegme! Ich mache diesen Siegme! Siegme. Siegme würde. Bild. Kannst du das Sigma schicken in Instagram? Tschüss Leute, es war schön mit euch. Wir haben das gute Ending, wir sind angekommen. Gutes Ending. Wir sind zu Hause. Pannen. Tschüss. Wir sehen uns nächstes Mal. Bye, bye.